Ich koche heute das Zürcher Geschnetzelte mit Kartoffeln. Im Mixtopf befindet sich der Zwiebel, der ist angeröstet, ein Puttenfleisch und eine Brühe. Das habe ich da drinnen und im Varoma sind die Champignons auf dem Einlegeboden und die Kartoffeln. Das wird jetzt alles in ein gedünstet, 27 Minuten dauert das, also wie gesagt das Gemüse mit der Sauce, alles in einem. So, das war jetzt fertig. Ich gebe jetzt eine Stärke Wassermischung zu. Dann ist noch dabei Tomatenmark, Sahne, Salz, Pfeffer und eine Worcester Sauce. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020